Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Einer ganz normalen Woche, keine Feiertage, nein, ich glaube die kommen jetzt ja tatsächlich erst dann im Mai und da habe ich dann auch eine Woche Urlaub und ich freue mich da schon drauf. Ja, eine ganz normale Woche, die sehr kalt war, die noch unfassbar viel Schnee bereit hielt, was ich echt für Mitte April ganz schön gewöhnungsbedürftig fand und was definitiv die Stimmung auch so ein bisschen drückt, wenn man die gewohnten Spaziergänge gerade aus dem letzten Jahr, wo ich viel unterwegs war, so nicht machen kann. Und ja, man könnte natürlich schon, ich höre jetzt alle, die sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, aber ja, das Aufraffen bei schlechten Wetter hinaus zu gehen, ist nicht ganz so einfach. Ja, ich habe in der Woche zwei Bücher gelesen, zwei Highlight-Bücher gelesen. Ich habe, ja, mit Tribute von Panem als Rewatch angefallen, da werde ich ein bisschen was erzählen und ich habe auch, ja, die Bulli-Serie auf Amazon Prime geschaut, auch dazu werde ich ein bisschen was erzählen. Aber wir starten wie gewohnt mit den Büchern der Woche. Zum einen ist das der zweite Teil der Krisha-Trilogie von Leigh Bardugo, Eisige Wellen und das zweite Highlight-Buch der Woche, und das ist wirklich ein Lese-Lebens-Highlight, ein Must-Read für alle da draußen, Mr. Panassos Heim für magisch Begabte von TJ Klune. Ja, das kann man hier schon, glaube ich, ganz gut erkennen, was da alles so markiert wurde. Wir starten mit dem zweiten Teil der Krisha-Reihe, der ja als E-Book bei mir eingezogen ist, weil es ja die wunderschönen Hardcover-Ausgaben nur zu horrenden Preisen gibt und ich jetzt einfach den ersten Teil stellvertretend im Regal haben werde und, ja, sollte irgendwer irgendwo mal in dem Bücherschrank die Hardcover-Ausgabe von Band 2 und 3 sehen, würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, es ist der zweite Teil, Eisige Wellen, es ist insgesamt ja eine Trilogie, das hatte ich, glaube ich, schon gesagt und ich hatte ja in der Vorwoche Band 1 gelesen, weil jetzt ja auch die Serie, ich glaube jetzt, theoretisch, wenn ihr die Bücherwoche seht, am Freitag erscheint und ja auch die liebe Becky so, so geschwärmt hat und ich mir eben einfach dachte, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil ich glaube, würde ich jetzt erst in die Serie schauen, wer weiß, ob ich da noch mal zu den Büchern greife. Kommt sehr selten vor, ich meine, beim Hexer, bei The Witcher hat es geklappt, aber das möchte ich gar nicht immer so sagen, dass das so funktioniert. Der dritte Teil, so wie kann ich sagen, es war ein Highlight zweiter Band, ist auch direkt eingezogen, wird auch jetzt schon wieder gelesen, damit ich wirklich wunderbar bis zum Ende der Woche sozusagen durch damit bin. Ich kann jetzt natürlich per se zum zweiten Band gar nicht so viel verraten, es geht nach wie vor um Alina, die eben Kräfte hat in einer Welt, in der es eben auch diese Grisha gibt, die eben mit Magie wirken können und sie selbst hatte lange Zeit gar keine Ahnung davon, dass sie eine Grisha ist. Eines Tages brechen diese Kräfte aber aus ihr heraus, als sie gerade mit einer ganzen Schiffsladung im Grunde Freunden unterwegs ist oder eben auch einfach auf Arbeit ist und dort wird dann eben auch der Dunkle auf sie aufmerksam, das ist im Grunde einer mit der mächtigsten Grisha und der bringt sie dann auch an den Zarenhof und dort wird sie eben auch ausgebildet, sie wird informiert und sie wird auch in die Pläne vom Dunklen mit einbezogen, der ihre besondere Kraft eben nutzen möchte und ja, Alina ist ja anfangs doch recht euphorisch, hat aber immer so das Gefühl, dass sie doch nicht so hier hingehört an diesen Königshof, an diesen Zarenhof und ja, weiß auch nicht so richtig, was sie von den Plänen des Dunklen halten soll. Und der zweite Band fängt im Grunde genau da an, wo der erste aufgehört hat. Es ist nicht sehr viel Zeit vergangen, wir sind mitten in dieser Geschichte. Es ist nicht so, dass uns nochmal ein langer Rückblick gegeben wird. Nein, wir starten direkt mit der Geschichte weiter und begleiten eben Alina und ihre Freunde unter anderem auf einer wunderbaren Schiffspfad und sind dann auch wieder am Zarenhofe unterwegs und das ist einfach großartig. Ein wirklich toller zweiter Band, der für mich total untypisch ist. Man hat ja oft zweite Bände in Trilogien, die so ein bisschen Lückenfüller sind, Spannung aufbauen für das große Finale. Das Gefühl hatte ich hier überhaupt nicht. Die Geschichte hat ihre kleine Geschichte sozusagen in sich selbst, nicht abgeschlossen, aber es gibt eben zwei, drei Spannungsbögen, die hier im zweiten Band auch aufgelöst werden, die weitergehen, die immer wieder erzählt werden und das, finde ich, macht Leibardugo wirklich großartig. Dass man nicht das Gefühl hat, man muss den zweiten Band lesen, damit dann der dritte besser wirken kann. Nein, der zweite Band wirkt hier wirklich für sich und geht eben nahtlos weiter. Ich mag diese Welt unglaublich gerne. Ich mag dieses Worldbuilding, ich mag dieses russisch Angehauchte, ich mag die Orte, ich mag diesen Zarenhof, ich mag diese Welt um die Krischer, um deren Magie, was ist möglich, wie ist es möglich und so weiter. Das finde ich richtig toll. Zudem bin ich auch den Charakteren sehr sympathisch gegenübergestellt. Ich finde es toll, wie nah und tiefgründig sie uns gezeigt werden, auch gerade durch die Ich-Perspektive von Alina kommen wir natürlich richtig toll in diese Geschichte rein. Es wirkt sehr authentisch, es wirkt sehr echt, das ist wirklich faszinierend für diese Fantasy-Welt und ich mag auch sehr, dass die Entwicklungen der Einzelcharaktere, auch der Nebencharaktere spürbar sind, dass sie vorhanden sind, dass sie ineinander greifen oder eben auch einfach mal abdriften. Ich mag die Konflikte, die es gibt. Das Einzige, und das ist wirklich so ein kleiner Kritikpunkt, ist, dass es hier so, ich würde jetzt nicht sagen eine Dreiergeschichte, das klingt immer gleich so ganz negativ, aber es gibt so ein paar Ungereimtheiten zwischen Alina und zwei, drei, vier anderen und das ist ein bisschen was, was ich tatsächlich so dachte, ach Mensch, ihr habt doch andere Sorgen, kümmert euch doch erstmal darum und dann kümmert euch um eure Gefühle. Aber das ist wirklich jammern auf hohem Niveau. Das waren wirklich nur zwei, drei Momente, wo ich aber schon denke, ich hoffe, dass das irgendwie im dritten Teil zu einer Lösung kommt oder nicht mehr so diesen Raum einnimmt. Aber für mich trotzdem ein Highlight, denn es blieb über das ganze Buch hinweg spannend, es blieb packend, wir hatten eine große Sogwirkung, also ich habe das Buch wirklich super gerne in die Hand genommen, ich habe gerne darin gelesen, ich habe nur wenige Pausen so in meiner Lesezeit gebraucht, das ist zurzeit was, was ich eben einfach ein bisschen benötige, aber ich konnte mich hier einfühlen und reindenken und war wirklich in dieser Welt gefangen und das im ganz positiven Sinne. Was ich hier auch super finde und das ist ja was, was ich auch in Fantasy immer toll finde, das ist so diese Brise Humor, die hier reinkommt, besonders ein, zwei Charaktere bringen diese Brise mit und die finde ich großartig, ich mag das, wenn so trockene Humor irgendwie auflockert und da ist und man denkt, ja, das Leben ist halt auch in der Geschichte nicht immer nur ernst, sondern da kommt eben auch mal irgendwie ein dummer, auflockernder Spruch und das hat mir hier auch sehr gut gefallen. Ich fand es wirklich toll, ich fand es einen tollen zweiten Band, der die Geschichte wirklich wunderbar weitergetragen hat, der Spannung und Lust auch auf den dritten Band macht und wirklich eine Sogwirkung hat und ja, ich lese jetzt wie gesagt den dritten Band und da geht es auch direkt weiter und ich freue mich jetzt sehr, wie der dritte Band endet und dann endet er auch schon wieder, aber dann freue ich mich natürlich auch auf die Serie und bin da sehr, sehr gespannt, weil so diesen Vortrailer, den ich irgendwie gesehen habe, der macht da auf jeden Fall schon Lust auf mehr und hat mich auf jeden Fall sehr, sehr angesprochen. Ja, und dann das zweite Buch der Woche ist dann Mr. Parnassos Heim für magisch Begabte von TJ Klune. Ich weiß gar nicht, wo was dieses TJ steht. Nee, taucht hier gar nicht auf, was es ist. Nein. Ein Buch, das jetzt auch ganz frisch im April erschienen ist, ich dann auch an dem Wochenende vorher in der Buchhandlung war, als diese noch offen hatten, um Bestellungen abzuholen und das war dann auch so gefühlt das erste Mal in diesem Jahr, dass ich in der Buchhandlung war und gleichzeitig das letzte Mal seitdem. Aber ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht mehr unterhalten, das wird noch eine ganze Weile wahrscheinlich so dauern. Ja, der Autor hat bereits einige Bücher vorher geschrieben, war mir jetzt aber als Autor tatsächlich kein Begriff, obwohl die auch ins Deutsche übersetzt wurden, aber umso schöner, dass wir über dieses Buch gestolpert sind. Ich habe das Buch schon relativ früh entdeckt, ich fand es vom Cover großartig, mit diesem Haus auf dieser Küste, an diesem Abgrund, kann man das so sagen, auf dieser Insel und hat mich sehr angesprochen. Dieses magisch Begabte und auch was hinten auf dem Klappentext stand, der aber für meinen Begriff gar nicht die Geschichte wirklich umfassen kann. Wir haben hier den vorbildlichen Beamten Linus Baker, der in der Regel in seinem Job dafür da ist, Weißenhäuser zu begutachten und diesen Weißenhäuser sind magisch begabte Kinder, die alle irgendwie eben eine gewisse Magie wirken, kann man so im weitesten sagen, wobei man jetzt nicht hier an Zauberer oder Hexen denken darf, sondern tatsächlich eher an Dinge, die ihnen gegeben sind. Also eher, ja, sind es vielleicht wirklich Begabungen. Das, glaube ich, trifft es tatsächlich ganz gut. Wir haben hier Kinder und Jugendliche und er prüft eben diese Stätten, ob die für das Wohl der Kinder da ist, ob da alles sauber ist, Essen gibt und so weiter und gibt dann eben auch seine Empfehlung ab, ob er das empfiehlt, ob das Heim offen bleibt oder nicht. Er lebt sehr streng nach dem Regelwerk und auch wenn er nicht alle Regeln gut findet oder so ein bisschen ein Umdenken schon relativ vorhanden ist, arbeitet er dennoch strikt nach der Vorgabe, er unterstellt sich seinen Vorgesetzten, er geht missmutig nach Hause, diskutiert mit der Nachbarin, hat eine Katze, die irgendwie auch keinen so glücklichen Eindruck macht und ja, so als in allem lebt er so sein Leben und ist irgendwie zufrieden, aber ich glaube, ein ausgeführtes Leben sieht wahrscheinlich auch aus seiner Sicht anders aus. Eines Tages bekommt er durch das höhere Management aber den Auftrag, das Heim von Mr. Pannassus für einen Monat zu begutachten. Er reist dort also hin, eben genau an dieses Haus, das irgendwo auf einer Insel ist und merkt schon in der Dorfgemeinschaft, dass da irgendwas anders ist. Denn dort sind Kinder und Jugendliche untergebracht, nicht umgebracht, untergebracht, die nochmal sehr speziell sind. Unter anderem haben wir hier den Sohn des Teufels und ja, da muss sich natürlich unser Linus auch erstmal zurechtfinden. Er soll aber nicht nur das Waisenhaus überprüfen und die Kinder, auch welche Gefahren sie darstellen, sondern eben auch Arthur Pannassus selbst, der wohl auch schon so ein bisschen aktenkundig ist, auch wenn die Akten nicht sehr viel Infos enthalten. Dort angekommen, merkt aber Linus recht schnell, ja, mein Regelwerk hilft mir nicht so richtig weiter, denn er trifft auf Jugendliche und auf Kinder, die sehr, sehr anders sind, die auch miteinander, ineinander, übereinander, ganz anders zueinander sind und auch auf einen Heimleiter, der die Welt auch nochmal anders sieht und es war ein großartiges Buch. Also es fehlen mir tatsächlich so ein bisschen die Worte als mehr als es großartig zu nennen. Für mich ist es sehr ungewöhnlich gewesen und umso ungewöhnlicher und merkwürdiger es wurde, umso besser hat es mir gefallen. Es hat mich wirklich von den ersten Seiten bis zum Ende vom Hocker gerissen. Für mich ein absolutes Must-Read für jeden. Ich bin dabei, das müsste direkt schon in Schulen gelesen werden, weil die Thematik, auch wenn man das Buch irgendwie in die Fantasy unterbringt, weil man natürlich diese magisch begabten Kinder hat, es geht in dem Buch eben einfach darum, dass jeder das Recht hat, so zu sein, wie er ist, egal wie er aussieht, egal welche Neigung er hat. Es geht um Toleranz, es geht eben auch darum, dass man die Leute so lässt, wie sie sind, dass man, weil man das ja für sich selbst sich aufwünscht, dass jeder eben auch so sein darf, wie er möchte und das ist so das Gefühl, was man hier mitträgt. Die Kinder mit ihren Begabungen bekommen so Stempel aufgesetzt, landen im Schubläden, sind aber viel mehr und vor allem, und das ist immer ganz wichtig, sind sie Kinder und das fand ich so wunderbar erzählt. Ich habe in diesem Buch geschmunzelt, ich habe laut gelacht, ich habe Nachdenkliches markiert und gelesen und darüber nachgedacht, nachwirken lassen, ich habe geweint, also ich habe wie ein Schlosshund gegen Ende geweint und es war einfach großartig. Es war so emotional, es war so wunderbar erzählt, wir haben so viele unterschiedliche Charaktere, die liebevoll gestaltet sind, die alle unterschiedlich sind, die speziell sind, die merkwürdig sind, die surreal sind, aber die so wunderbar lieb uns präsentiert werden vom Autor und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und die Magie ist wie gesagt nicht im klassischen Sinne, da hat jemand einen Zauberstab, sondern es sind eher so Gaben, die wir hier haben oder eben auch einfach Gegebenheiten, wie dieses Lebewesen sozusagen ist und das hat einfach, es hat mir einfach Spaß gemacht. Es ist eine Geschichte, die leise erzählt wird, die auch langsam erzählt wird und auch sehr viele poetische Stellen hat mit wunderbaren Lebensweisheiten, die auch einfach in unser Leben passen, die sich jeder ganz groß eigentlich auf die Fahne schreiben müsste und so tauchen wir eben in diese Geschichte ein und binden uns ganz langsam, aber ganz tief mit den Charakteren und auch der Geschichte. Ich fand das wirklich großartig und man hat hier auch die Entwicklung von Linus wirklich gespürt, der irgendwann eben dann doch merkt, oh, mit meinen Regeln und all dem, was ich bisher dachte, komme ich hier nicht weit und diese Entwicklung fand ich auch einfach richtig, richtig toll gezeichnet. Es ist eben, wie bei uns im Leben auch nicht, alles so, wie es auf den ersten Blick scheint und das gibt uns dieses Buch mit. Das Schöne ist und das möchte ich wirklich hervorheben, ist, dass der Autor uns eben keinen erhobenen Zeigefinger zeigt, sondern die Augen öffnet und das hat er wirklich ganz wunderbar gemacht und ich finde, dieses Buch müsste eigentlich jedes Kind, jeder Jugendliche in die Hand bekommen, vorgelesen bekommen, weil ich glaube, dass man das durch diese Geschichten einfach am besten versteht, dass unsere Welt bunt ist, dass jeder so ist, wie er ist, jeder so sein kann, möchte, wie er das für richtig hält, solange er keinen anderen schadet und dass das eben einfach gewisse Toleranz bedarf und ich bin verliebt, ich bin verliebt in dieses Buch, ich habe die Seiten genossen, ich habe die Geschichte in mich aufgesogen, ich habe viel nachgedacht, ich habe, wie gesagt, durch viel gelacht, aber auch geweint und ich fand es großartig, also Wahnsinn, was dieser Autor schafft, ich meine, klar, wir haben hier knapp 500, ja, 470 Seiten, aber es war keine Seite zu viel und es hat unglaublichen Spaß gemacht, also es hat mich wirklich tief berührt, tief begeistert und es ist nicht das letzte Mal, dass ich dieses Buch lese, es bekommt einen großen, großen Ehrenplatz hier im Highlight-Bücherregal und ich fand es wirklich Hammer und man sieht es auch, an den verschiedensten Markierungen, was ich mir markiert habe, ja, zum Beispiel hier so schön, diese Welt ist ein merkwürdiger und wundervoller Ort, warum müssen wir da alle für alles eine Erklärung finden, nur zu unserer persönlichen Befriedigung, weil Misswissen Macht bedeutet und es sind lauter so schön gepickte Sätze, Weisheiten und hier auch finde ich ganz schön, auch ganz passend zu mir, hier sagt Thalia, das ist ja eins der begabten Kinder, ich bin gerne rundlich, das bedeutet nämlich, dass mehr von mir da ist, dass man liebhaben kann und ich finde, da ist doch was Wahres dran, ohne, also, ohne Wertung jetzt sozusagen, aber das fand ich richtig, richtig schön oder auch hier, Hass ist Zeitverschwendung, ich bin viel zu beschäftigt, um zu hassen und das ist mir auch lieber so, also, es ist, ach, es ist einfach wundervoll, also, ach, ja, ein ganz, ganz besonderes Buch, ein Fünf-Sterne-Plus-Buch, alle Punkte und richtig, richtig Hammer und wirklich große, große, große Empfehlung und ich habe gesehen, dass im September diesen Jahres ein neues Buch von ihm von der Aufmachung sehr ähnlich erscheint, im englischsprachigen Raum, also, was zumindest so von der Optik so aussieht, aber es wirkt nicht wie eine Fortsetzung, das hat dieses Buch auch gar nicht nötig, aber vielleicht bleibt er in diesem Stile zumindest unterwegs, da wäre ich auf jeden Fall sehr gespannt und erfreut und, ja, ich bin hin und weg und wirklich begeistert. Und dann gab es in dieser Woche auch die erste Staffel, ja, von LOL, Last One Laughing, also der letzte, der sozusagen lacht, das läuft auf Amazon Prime, was auch der Grund war, weswegen ich mir hier den Probenmonat sozusagen geholt habe. Es ist produziert von Michael Bulli Herbig und er hat sechs Folgen, also knapp 25 Minuten. Das Original ist wohl chinesisch, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche und man kann auf Prime auch die australische Version sehen, wenn ich das richtig gesehen habe, aber ich glaube, es ist schwierig, weil natürlich der Humor der Australier wahrscheinlich noch mal ein anderer ist wie unserer, aber, ja. Es geht hier dabei, dass wir, ich glaube, zehn Kandidaten hatten, Comedians, die man gefühlt aus dem deutschen Raum auch kennt. Mir waren ein, zwei nicht ganz so bekannt, aber spätestens jetzt weiß ich, wer das sind. Wir hatten hier Ange Engeke, wir hatten Barbara Schöneberger, wir hatten Carolin Kebekus, wir hatten Thorsten Schräter, Vigal Boning, Mirko Nonchef, Rick Kavanian, wir hatten nicht den Kessler, den anderen Max, ah, Name weg, wir hatten Teddy und wir hatten noch irgendwen, den ich jetzt total verdrängt habe, ist aber nicht so schlimm, waren das, es könnten schon so gefühlt alle gehen sein, ich komme, irgendeiner fehlt mir, glaube ich, jetzt so vom Fingerzeig, Kurt Krömer, genau. Und, ja, die treffen sich für sechs Stunden und es darf nicht gelacht werden, man hat zwei Leben, das heißt, man darf einmal lachen, beim zweiten Mal fliegt man heraus und der Sieger, der eben bis zum Schluss standhaft ist, der bekommt 50.000 Euro für einen guten Zweck. Und, natürlich bringen die Comedians alle Kampfgeist mit, zum einen finden sie sich selbst wahrscheinlich in der Regel recht lustig, zum anderen bringen sie natürlich auch die anderen sehr gerne zum Lachen und, auch wenn man selbst nicht alle Gags lustig findet, alleine dieser Kampf, den jeder auszutragen hat, wenn man in deren Gesichter schaut, das ist zum wirklich Dahinlegen. Also, ich habe lange, lange nicht mehr so gelacht, so mitgefiebert, mitgekämpft und wirklich gefühlt, wie schlimm es sein muss, dass man eben bei manchen Dingen nicht lachen darf. Ich finde nicht alle Comedians gleich lustig, ich glaube, das wäre auch ziemlich schwierig, in dieser Bandbreite über alles zu lachen. Bei manchen dachte ich schon, verstehe ich irgendwie nicht, aber ich glaube, am Ende ist die Grenze des Nicht-Lachens einfach so niedrig oder so hoch, je nachdem. Ja, aber, ja, nach und nach ziehen, dann eben die Kandidaten nach hinten zurück, treten aber immer mal doch wieder auf, um eben dann doch nochmal die Innengebliebenen sozusagen zu unterhalten und alleine Bulli, der draußen sitzt, überwacht auf Kameras, wer lacht und wie auch immer, allein dem zuzuschauen, ist schon großartig und es hat echt Spaß gemacht. Also, es war super lustig, auch diese Größen der Comedians, ja, im Grunde hier so eingesperrt zu sehen und mit vollster Freude, wie da Masken aufgesetzt werden, wie da versucht wird, Bauch zu reden, wie da improvisiert wird und am Ende so mancher auch über sich selbst lachen muss. Es war, ja, wirklich toll, hat super viel Spaß gemacht und ich habe es schon irgendwie gehört, es soll wohl eine zweite Staffel geben, natürlich mit anderen Comedians. Ich bin mir da immer nicht so ganz sicher, wie sowas in der zweiten Staffel funktioniert, weil man natürlich im Groben schon weiß, wie es funktioniert. Ich mag so erste Male ganz gerne, wenn man auch am Big Brother zum Beispiel zurückdenkt, da wusste keiner, wie wird das draußen aufgenommen, schaut sich das jemand an und so weiter. Alles, was danach folgte, war dann halt immer, die Leute wussten, worauf sie sich einlassen und so ähnlich ist das halt hier auch. Klar, sind die Comedians anders, hat jeder einen anderen Schmerzpunkt bei seinem Humor oder bis er dann lacht, aber mal sehen, wie das funktioniert. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht gut wird. Ich glaube, wenn Bulli das in die Hand nimmt und wirklich hier so die Comedians auch so ein bisschen danach auswählt, gibt es noch genügend in Deutschland, die uns zum Lachen bringen könnten und würde mich da auf jeden Fall über einen Reread, nein, über eine zweite Staffel sehr, sehr freuen. Ich bin noch gedanklich bei den Büchern. Denn jetzt kommen wir zu einem Rewatch und zwar haben wir angefangen, die Tribute von Panem mal wieder zu rewatchen. Es ist schon relativ lang her, dass wir das gemacht haben und es wurde einfach mal wieder Zeit und wir haben jetzt Film 1 und 2 angeschaut, während ja der dritte Abschlussband dann in zwei Teile geteilt wurde. Die haben wir uns jetzt dann für diese Woche vorgenommen und ich muss echt sagen, ich hatte so meine Befürchtungen, weil Jugenddystopie und auch danach viele gefolgt sind, ob mich Panem noch packt, aber es hat keine fünf Minuten gedauert und ich war wieder in dieser Welt. Das ist ja so der Ursprung der Jugenddystopie, wenn man so möchte, wo wir ja diese zwölf Distrikte haben und es eben ja auch mal den Krieg gab vor 75 Jahren und man irgendwann im Kapitol in der Hauptstadt, wo es voll Reichtum strotzt gesagt hat, die anderen Distrikte müssen uns ein Jungen und ein Mädchen schicken zwischen 12 und 18, glaube ich war es und die müssen in einer Arena gegeneinander kämpfen, bis es nur noch einen Sieger gibt und natürlich, umso weiter man nach hinten in den Distrikten kommt, umso ärmer werden diese und wir treffen eben hier auf Katniss Everdeen, wo es somit die stärkste weibliche Protagonistin, die es in meiner Bücherwelt sozusagen gibt, die wirklich tough ist und wenn sie auch nicht immer logisch vorgeht oder gut über Dinge nachdenkt, ich fand tatsächlich, dass immer ihre Stärke, dass ihr Gefühl, ihr Bauchgefühl, ihre Intuition alles oder sehr viel richtig gemacht hat und wirklich eine Wahnsinns-Dystopie, buchtechnisch habe ich die, glaube ich, zum letzten Mal gelesen, als der vierte Kinoteil herausgekommen ist, was jetzt doch schon einige Zeit her ist, dazwischen haben wir aber schon mal alle vier Teile geschaut und dazwischen hatten wir aber schon mal alle vier Teile geschaut und jetzt wird es eben auch einfach mal wieder Zeit und es hat mich wirklich nach fünf Minuten, also egal, ob es die Musik ist, das Bild ist, die Charaktere ist, ob es diese Freiwilligkeit von Katniss ist, die mich immer wieder überwältigt, ob es die Abschiede sind, die wir bereits im ersten Teil über uns ergehen lassen müssen, also es ist schon Wahnsinn, wie einen das packt und fesselt und es hat nichts an seiner Wirkung verloren und ich freue mich jetzt eben auch auf Teil drei und vier und mal sehen, was dann als nächstes gerewatcht wird oder was so ein bisschen was Neues mal irgendwo auftaucht. Tatsächlich habe ich ja so ein bisschen auch bei Prime jetzt geschaut, muss aber echt sagen, dass das wenigste, was inbegriffen ist, mich so richtig anspringt und ich spannend finde. Weiß ich nicht, das ist irgendwie... Ja, und dann überall nochmal was dazu zu bezahlen, muss ich halt auch sagen, dafür, dass Prime ja so glaube ich auch acht oder neun Euro kostet. Ach, ich weiß nicht, so richtig warm werde ich mit Prime nicht. Da finde ich definitiv auf Netflix irgendwie doch ein bisschen mehr und andere Sachen, aber das ist wahrscheinlich auch einfach eine persönliche Prävention. Ja, und das war sie jetzt auch schon, die Bücherwoche, kurz und knackig, mit zwei Büchern und zwei Filmen, Serien. Alles im Grunde Highlights und hat Spaß gemacht und ja, so kann es in den nächsten Wochen dann ruhig weitergehen, dass es eben einfach Bücher gibt, die mich packen und in ihre Welt ziehen und ich da, ja, einfach auch dranbleiben kann und möchte. Und ja, das war es in dieser Woche von mir. Ich bin gespannt, ob ihr vielleicht LOL schon kennt, ob ihr euch Panem schon mal angeschaut habt oder ob ihr denkt, dass das jetzt bei einem Rewatch vielleicht nicht mehr euch so begeistern kann wie beim ersten Mal. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren austauschen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Alle Infos zu den Büchern unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi. und bis zum nächsten Mal.